Wir bauen diesen Tunnel-Hai tatsächlich weiter, und ja, man hat tatsächlich, dass es königliche hochhalten, immer mich weh holen, für die Hände zu kommen, respektiv auch danach bedienstete, das finde ich praktisch, bei uns nicht zu bewegen, und den holen wir nur nach vorne. Gehen wir bis heute mal auf Wirtschaftsmarkt. Die Dinge hier können wir ausschalten. An Europa. Gut, wir wissen, dass es heute dann eine Station Hoffnung ist. Da kann man noch einmal erst mal. Dann noch einmal nach Mod. Eine Station Hoffnung. Oder eine Station sehen du. Wie war das schon mal? Gut. Plug'out Guck mal. für sich ein bisschen sich durch zu buddeln und von den riesig adren und eisen und erd und schon den jetzt gehst du das eisen oder dann gehen wir mal ein bisschen hier den tunnel freigelöst muss man gucken wie man verkleden wat man trommel machen an den tonel ist noch nicht so cool aber wann machen ja 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 da waren da gibt es tatsächlich mann Ich habe das andere gemacht, hier. Diese Kronen geht anders. Ich nehme hier. Ich gebe es für uns eine Privat-Königliche Hoheit. Ich habe das Ding hier gemacht. Und für die andere. Und dann machen wir die Dinge hier. Für Sie. So machen wir es auch. Wir könnten durch die ganzen Dinge eigentlich ein Relief draufsetzen. Relief machen. So machen Sie dann extra die Klänge. Passage für hierher. Ich kenne mir so mal. Nein, komm. Wir haben nicht viel. Wir sind zu viel. Wir fahren erst einmal mit einem Platz in Burschwald. Hier haben wir uns bei uns auszustatten. So. Das ist Elish. Und auch schon gesagt, wie es zu festmachen soll. und das ist der erste, der große Sachen baut. Das ist der erste so ein Mensch. Das sind die Bauern, kein Dekorierer. Und ja, das ist das auch. Und das gefällt mir mir, wenn ich einfach so ein bisschen bauen kann. Ja, das ist der Zweck von dem ganzen System, dass ich tatsächlich nicht schnell von AOP komme. Manche kleine Garde an der Seite, das wird ausgesagt. Das kann doch ein bisschen rausgehen können. Und ja, das ist tatsächlich nicht die einzige, und das ist tatsächlich ein Schienennetz, wo es tatsächlich auch noch hier gemacht wird, wo ich dann rauskomme bei... so ein bisschen am Dorf. Ich gucke nicht, ob hier bei Dorf zu machen. All noch... Schirmnis, ach, da nervt mich schon. Und tatsächlich auch noch ein Schienennetz, wo irgendwo zusammen das rauskommt. Ich weiß nicht, dass... wo ich dann... auch vielleicht... schießt in der Erde das... ...fungieren. Ich weiß es noch nicht. So, gucken wir dann noch, wie wir das machen. Wie gesagt, da ist tatsächlich dann noch ein... Wie soll ich suchen? Bis mit größeren Schienennetz, wo ich eventuell plangen. Und den Ressourcen Eisen, werdet wahrscheinlich mangeln. Weil ich absolut wirklich gut kein Eisen fange. Cool fand ich zum Beispiel auch keiner, der das so etwas selten ist. Da ich mir denke, so... Puh, gut, wir haben die Werte zu machen. Weil mit all dem coolen Eisenmangel, wo an der Minecraft 3 herrscht, so... Puh... Weil... Es ist einfach nicht mehr furchtbar. Man hat eine Wüste in das Fenster. Das ist grausam. Die Kommentar. Absolut ein guckiger Kommentar. Man schläft. Ja, und äh... Das ist ein furchtbar. Die wissen, dass ich tatsächlich nicht zu bauen kann. Das hat ja schon gewiesen oder bewiesen. Diese suchen an engem Let's Play. Und... Ja... Ich muss gucken tatsächlich, wie ich... Ähm... Komm mal hin. Wie ich es, äh... Wie ich es beschleunigt habe. Wie ich es, äh... Wie ich es, äh... Wie ich es, äh... Das kennt alles, das geht gemacht. Ich freue mich schon... Wie ich es, äh... Was ist die ganze Frau? Das ist schon sehr ehrlich. Jaja, gut... Ne mehr, aber... Mieso kann es auch sehen? kann doch hier tatsächlich so beginn hier stellen man könnte benutzt sind ja relativ selten tatsächlich benutzt wo das mal hat noch ein bisschen an uggra füllen super Ich bekomme die Ergebnisse- und die werden nicht mehr tun. Du musst sehr viel Stänge für die Brüderlöschen ausmachen. Also die Chance, ich muss sehr viele Stänge rauspüüüüüüui, und die Rezt haben kaum weniger zu tun. Ich fange schon um Stänge zu beornen. Ich denke, sie fängt an die Steine zu brennen. Ich denke, sie fängt an die Steine zu brennen. Gucken wir mal, wenn wir die Steine umkommen, die andere Seite, nichts vor ist. Dann die Steine bekommen. Hier kannst du die Glowstone ersetzen. Unter dem Licht stehen für meine Widerwelt. Ich muss tatsächlich meinen Kandidaten und noch ein bisschen Licht stehen. Wie gesagt, Eisenmangel, noch ein bisschen. Hat man nur ein bisschen Eisen zu viel. Hat man nur ein bisschen Eisen. Ja, schon genug gepuscht. Lass mal auch noch ein bisschen Eyal. Ist mir ein Eyal, Eyal, ist mir Eyal, Eyal. Fleisch mit Klops ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Gut. Ähm. So Typen, die... Ja, Typen ist hier alle Last Etage der Typen. Sondern das geht doch. Ähm. Ich mach hier eine noch ab. Well. Ich mach hier ein Eyal. Wie geht's mir. Wie screwed. Dram. 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 auch m so die andere Seite dann mach ich perfekt 1 2 1 2 dann 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 bahn 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 gut auch die kölner den raum die der der aus d ok dann bern tschüssi kowski eine wunderschönen d